Lichterglanz, Zaubertanz, New York City. Dieses Weihnachtsfest wird magisch. Erleben Sie den Dorf-Hipster, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Vergessen Sie Kevin allein zu Haus. Vergessen Sie die Geister, die ich rief. Vergessen Sie Versprochen ist Versprochen. Denn dieses Weihnachten sehen Sie, ein Hipster fliegt nach New York und filmt einen kleinen Trailer, nur um euch ein paar brandneue Produkte anzudrehen. Ihr Lümmel. Ja, richtig gehört. Erleben Sie ein neues butterweiches T-Shirt. Wow. Schweißfreundliches Mischgewebe in einem festlichen Pink-Rosa, hergestellt aus Organic Cotton und recyceltem Polyester, bei dem nicht nur die Weihnachtsgans im Ofen dicke Backen macht. Ob das schon alles war? Natürlich nicht. Denn eine brandneue, türkis-anmutende Wasserflasche mit peppigem 3D-Print, die sowohl kühl als auch warm halten kann und jede Menge Platz für Wasser bietet, ist der heimliche Star dieses ungewöhnlichen Weihnachtsfilms für die ganze Familie. Denn viel trinken ist wichtig. Vor allem beim Sport. Weiß man ja. Junge, Junge, was ist denn das hier eigentlich für ein blöder Text? Was hat das bitte noch mit Weihnachten zu tun? Hm, egal, wo war ich. Ach ja. Erleben Sie den wohl schönsten Weihnachtsfilm seit Stirb langsam. Backen Sie sich noch schnell ein paar Spekulatius. Schütten Sie sich fix einen Glühwein in die Figur. Zücken Sie Ihre Kreditkarte. Und dann kaufen Sie endlich den Kram auf www.hipsteroffdune.de, damit ich in Zukunft hier auch mal anständig bezahlt werde. Frohe Weihnachten. Hasta la vista. Und jetzt gönnt euch ein paar Geschenke, ihr Eiernacken. Ho, ho, Ananas. Ho, 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 ho. Untertitelung des ZDF, 2020